Guten Morgen zusammen und willkommen zu einer kleinen Ankündigung zum Vlog Nummer 1206, denn wir haben es jetzt zwar, ich weiß es gar nicht so genau, um 8.30 Uhr ungefähr am Dienstag, aber das soll uns nicht davon abhalten, ein bisschen über absurdistandischen Irrsinn zu reden. Der Vladistent hat sich schon bereit gemacht hier im Studio. Juna habe ich auch schon Trappeln hören, die kommt vielleicht auch noch mit vor die Kamera. Heißt also für euch, wer jetzt gerade ein bisschen Zeit und Muse mitbringt, der kann mit rüberkommen zum Reisekanal. Allen anderen, denen sei soweit erstmal gesagt, der Vlog, der ist dann gleich da. Ja, gebt mir noch so ein paar Minuten, um die Links zu teilen, um die Ankündigung fertig hochzuladen und dann legen wir direkt los. Wer jetzt gerade, wem es jetzt gerade nicht so gut passt, dem einen wunderschönen Dienstag, rutscht nicht in den Streit, das wird gleich Thema immer im Vlog sein und dann sehen wir uns wieder, wann es euch eben besser passt. Deswegen bis gleich oder bis später.